Hohe Abfertigungen auf die Immobilien haben das Ergebnis der Signa Prime Selection AG des Tiroler Investors René Benko im vergangenen Jahr ins Minus gedrückt. Das Unternehmen verbuchte einen Nettoverlust von gut einer Milliarde Euro, wie aus dem noch nicht veröffentlichten Jahresabschluss für 2022 hervorgeht. Die Signa führte die Bewertungen in einem Statement ausschließlich auf makroökonomische Umstände zurück. Die Neubewertungen würden aufgrund der herausragenden Qualität des Portfolios der Signa Prime außerdem im Vergleich zum Gesamtmarkt besser ausfallen, so ein Signa Sprecher auf Zahlen und weitere Informationen aus dem Geschäftsbericht angesprochen. Er verwies außerdem auf stille Reserven, die sich aus der Bewertung der langfristigen Zinsabsicherungen ergeben würden. Unter deren Berücksichtigung hätte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Adjusted Profit, einen bereinigten Gewinn von 90 Millionen Euro erzielt. Über den Wertverlust des Portfolios und das Ergebnis hatte bereits das Deutsche Handelsblatt Ende Juli unter Bezugnahme auf eine Präsentation der Signa für ihre Banken berichtet, worauf auch der Sprecher gegenüber der APA hinwies. Die Rede ist darin unter anderem von einer 750 Millionen Euro schweren Kapitalerhöhung, die dann nach Angaben im Jahresabschluss in einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen wurde. Wie die Wirtschaftsprüfung in ihrem Bericht über die Prüfung des Abschlusses festhält, habe die Erhöhung für das Eigenkapital stabilisierend gewirkt. Dieses sank demnach von 5,57 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf rund 5,42 Milliarden Euro im Jahr 2022. Signa kommentierte die Kapitalerhöhung gegenüber der APA nicht.